Weiter geht's mit, äh, überleben Sie die Flur, hey! Sackgassen! Wow! Wuhu! Äh, der hier oder was? Der Helikop... Ah! Sag mal! Guck mal her, guck mal her! Ich muss den Fahrrad killen, ne? Warte mal, den treffe ich doch! Oder auch nicht? Oh, ich treffe sie, alle! Boah, was stehen hier los? Junge, junge, junge! Oh, oh! Jungs, jetzt hört's mal auf hier, ey! Ja, nee, ey! Boah! Hammerhart, ey! Wo denn? Er hat denn hier ein Racket... Ja, sicher, wenn du so... Ja, super! Ja, was willst du da machen, du Nase? Ah, alter! Was? Hab ihn! Sauber! Da ist noch einer, ne? Ha, sauber! Boah, ist klar, Olle! Wo ist denn ein Truck? Ich geb mir ja schon Mühe, Jungs! Wie gesagt... Oh, nice! Was hat ne Action hier? Leck mich an der Wüste! Hat sechs hoch hoch! Wo soll er das nehmen? Den treffe ich doch nie, ey! Sag ich doch, den treffe ich nie! Wie soll ich den denn treffen, Jungs? Sollte zu mir? Ja, sicher! Ja, Junge! Ist ja neu, oder was? Soll ich das denn machen, ey? Mann, 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 Mann! Das Rollfuhl ist so! Ja, aber wo... Wo muss ich hin? Äh, okay? LOL Wo muss ich denn hin, ey? Ach, du Kacke, das ist... Ja, Junge! Junge, ich kann doch nicht mal rennen! Doch jetzt! Mauer Platz hier! Wie fährst du denn, Alter? Toll! Toll! Oh, Leute! Kommt denn hier schon wieder? Ja, klar! Du, hau ab, ey! Mit deinem scheiß Ding! Alter! Ich kann doch nicht wegfahren! Wieso stirbt denn der? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Wie ist denn da? Ich hau ab. Ich hau ab. Yo, scheiß Kampferli, alles da. Klar. Ja, super. Nein, mein, wird das hier jetzt geplant und die sterbt nicht so, oder? Wer ist er denn? Wer bist du? Oh, oh. Perlin weg, die alte Sau. Da, 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 da. Wer schießt du? Schießt ja wohl nicht auf unsere Leute, oder? Wer ist das überhaupt? Ich glaub, der kriegt jetzt voll einen ab, oder? Warum legst du mich hier hin? Nein! Nein! Toll. Und da geh ich da hin. Ja, Kippenpreis. Nein! Auf die kriegst du kein Herder ab. Äh. Oh, oh. Ach, da ist der Fiese. Das ist der Fiese mit dem fiesen Gesicht. Nein. Oh, super. Du Asi. Haha. Du Opfer. Boah. Boah. So, ja, jetzt. Ich kann nicht weiter gucken. Jawohl. Ein Heli von uns. Glaub ich. So, Kippenpreis gibt mir jetzt einen Knarre, ne? Oder auch nicht? Doch. Hahaha. So. Dreh dich um, du Lutscher. Dreh dich um. Ja. Ehm. Eher sicher. Hauptsache, einmal nachladen. Na siehste, geht doch. Wollen wir gleich so. So. Ich glaube... Hier tut sich nicht mehr viel, oder? Scheiße, hat unser Team komplett gesemmelt wurde, äh. Ja, sicherlich. Ist klar. Aha. Die weiteren Nachrichten. Die Suche nach einem Schiff in der Beringstraße wurde wegen heftiger Winde abgebrochen. Ach so. Ja, guck an. Sehr nützlich. Wenn ich das mal so sagen darf. Hm, sind wir jetzt durch oder nicht? Ich...